So, so, wäre ja mal Sinn, Kämpfer. Seid weg von zu Hause. Er hat den ganzen Weg aus Midgard verfolgt. Den Einäugigen? Gagarensis? Der Zyklop? Ei, er hat die Riesen vereint, im Norden. Ein Großteil von Midgard liegt nun in Trümmern. Wir wurden ausgesandt, ihm zu folgen, in der Hoffnung, Ragnarök zu verhindern. Ragnarök? Das Ende der Welt. Habt ihr den Einäugigen gesehen? Er ist hier. Auch wir kämpfen gegen ihn. Schließt ihr euch uns an? Das werden wir. Mhm. Das sind schon die ersten Einheiten aus der nordischen... Seht ein Speer. Folgt ihm zurück zu seinem Lager. Vielleicht können sie uns helfen. Io Repair. UIR. Willkommen in unserem Lager, Edler. Mario schützt uns. Und wir werden euch helfen, euch bis zum Tama-Riskenbaum zu kämpfen. Ja, gut. Dann möchte ich mich gleich wieder zurück. Bis gleich. So, hier möchte ich mich wieder zurück. Jetzt haben wir hier natürlich wirklich nur einen ganz kleinen Winnie-Schlüsselpunkt hier. So, hier kann es Holz treffen. Aber wir können alles bauen. Wir werden bedrohen unsere Lager. Sucht und zerstört diese Gräber in der Wüste. Und die Antiriffe werden aufführen. Kind. Beauftragen Sie einige Arbeiter, die Samariska zu fällen und in das Osiris zu bergen. Optional zerstören Sie die alten Kleber in der... Werd ich mal... ...weilen? Aber es bleibt... Kind Kind Ach, der hat... Kind Geerek Kind In which... So, im... Vier-Eck-Format mal... Unter das Dorfzeitung mal eben bei... Ähm... Ein paar Wachtörme... ...gebaut... Jetzt kann ich ja entscheiden... Ich denke... Ich denke... Ich denke... ...dass ist... Das sind die Ochsen dran... Wie gesagt... Das werden wir aber auch nochmal alles erklärt bekommen vom Spiel... Was die jetzt nochmal können... Wenn ich in der Nordischen Kampagne angekommen bin... ...wird ich... ...eins... ...schriften... ...ja, erstmal wieder... ...sternhaft mäßig... ...ein... 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 ...didits direk... ... Wenn ich mich jetzt nicht täusche... ... cancer... ... war... ...mechan... ...waren die Bromion... ...irgendwo da... ... pied... ...sus... ...kid... ...so. ... ... ...aber nicht von der bottle tellen er kann sein... Das ist gut, dann baue ich hier auch noch mal für Verteidigung der Türme. Dann noch eine Festung. Dann baue ich hier auch noch eine Festung. Das ist gut. Ich baue mal nur so eine Festung. So und da nehme ich... Ah, nehme ich Osiris wieder. Den nehme ich mal mit. Äh, wo ist der Leser? Der ist an sich auch nicht schlecht. Der Sohn von Osiris. Aber erstmal alles hier entwickelt. Das ist gut. Der Sohn von Osiris. So, mindestens zwei Hütten. Dann noch ein Feld. Auch. So. So. Ich hoffe, dass ich jetzt hier alles geklappt habe. Und dann geht's auf... Ach Gott. Das sind die Mumien. Ich dachte die wären... Ach, hier ist jetzt nicht in der Wüste. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist doch eigentlich eine Wüste. Es ist doch eigentlich eine Wüste. Hier draußen ist auch die Wüste. Okay, da ist der Hütte. Öhm. Nachdem der Zwingt erhückt die Treppe Punkt zu Punkt. E-Ri-Vier. Direkt, Pio Erefer. Pio. Entio. Ack. Tja, da ist auch noch ein Tempel, ein Mumien. Ack, Entio. Entio. Pio. Pio. Ack. Okay, das war auf jeden Fall noch nicht der letzte Tempel. Uweir Erefer. Pio. Uweir Erefer. Pio. Okay, hier ist noch Top-Zentum. Könnt' ich jetzt, nehmen aber nö. Was sind denn noch Tempeln? So. Ach Gott. Okay. Ja, nee, ist klar. Yes. Oh, okay. Ich will. Cool. You are here. Hi yo. Very fair. MTO. MTO. Hi yo. Ja, also man hat's gerade gesehen, der Sohn des Osiris greift eigentlich genau mit der gleiche Spritz-Technik an wie Osiris, plus ist natürlich der Sohn nicht so stark wie Osiris selber, ne? Genau. Hmmmm. Hmmmm. Oh, hier ist mein Schwächchen. Ich war den Sohn. Oh, noch. Äh. Äh. Oh, hier ist ja auch schon der Baum. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ich glaube, der ist jetzt sauer, dass ich sein Dorfzentrum bestört habe. Entschuldigung. Jawoll. Oh, jetzt kommt er gemeinsam angreifen. Onlyja. Ja. In vilhein der dei Riverside. Quindi auch bei euch. 253. Undenen statgetPUL. Ifents. Inmetro. Oh. So, die Optionale Aufgabe ist erledigt. Das ist sehr gut. I 29. Ja. Inmetro. mit seinen anubis wächtern und 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 Ja, ja. Aber ne Katzen hat er hier nicht, Mann, ne? So, so. Gut zu wissen. Gut zu wissen, aber ich glaube, ich werde hier nicht alles von ihnen hören. Gut, dann wollen wir mal den Baum machen. Bestellen. Link. Kru-i-a-k. Kind. Dann haben wir das jetzt... Finito. Ich muss nur kurz warten, bis er da angekommen ist, der Dorfbewohner. Und dann geht das, glaube ich, auch schnell mit dem Holzacken. Nein, das dauert tatsächlich länger. Okay, gut. Dann werde ich noch mal ein paar... ...aufhörige Runde mehr bauen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ahem. Ah. Ich bin ein sehr guter. Michi, ich bin ein blödsinn. Uuack. Wir sind bei dir. Ja, ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Okay, mit mehreren geht es wirklich schnell. Gut, dass ich jetzt den Sohn des Osiris hier gelassen habe. So lange. Und der Leta-Bär ist schon wieder tot. Wow. Krass. Krass. Good shot.